Auf Mama hören wir nicht so gut, was? Wow! Wow. Na ja, okay. Er hat den Weg verlassen und einen coolen Ort gefunden. Aber seien wir ehrlich, er hätte ebenso gut von einem Rudeltiger angefallen werden können. Tigerlimm im Rudel, Dummkopf. Das war auch nur eine Redensart. Weißt du, als ich noch klein war, hat mich mein Opa jedes Jahr zum Sterne gucken mitgenommen. Ja? Es gab einen Hügel außerhalb der Stadt, wo wir immer standen. Derselbe Hügel, jedes Jahr. Wir schauten in die Sterne, bis der Morgen dämmerte. Nun ja, ich schaute hauptsächlich. Er hat nur das Teleskop für mich getragen. Natürlich. Nun hätte Mom mir allerdings nie erlaubt, die ganze Nacht wach zu bleiben. Deshalb sagte Opa jedes Mal, dass wir nur Zelten fahren und versteckte das Teleskop im Auto. Das war toll, aber wenn wir am Morgen zurückkamen, musste ich so tun, als hätte ich nachts geschlafen. Und das ist, kurz gefasst, die Geschichte, wie ich in die Koffeinsucht abgedriffnet bin. Du bist ein Monstrum. Ich weiß. Es ist schon sehr traurig. All diese schönen Erinnerungen, verloren und niemals wiedergefunden. Und wer weiß, wie viele mehr es noch gibt. Tja, wie du immer sagst, man muss jeden Moment für sich genießen, nicht? Heilige Scheiße, ich hab dir doch gesagt, dass sie Tigerrudel herumstreuen. Hallo. Warte, bleib hier. Ich bin Johnny. Und wer heißt du? Du bist an meinem Platz. Dein Platz? Oh, entschuldige. Ich wollte mich hier nicht ganz allein ausbreiten. Ähm. Willst du dich zu mir setzen? Bist du hier, um die Sterne zu beobachten? Und du? Bist du hier, um die Sterne zu beobachten? 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 Hm? Was ist verkehrt daran, einen Namen zu haben, den jeder hat? Hm, das ist langweilig, schätze ich. Ich meine, wenn alle so heißen, wo ist da der Sinn? Ich hätte nichts dagegen. Ausnahmsweise mal den gleichen Namen zu haben, den alle anderen auch haben. Das ist wie mit diesen Lichtern am Himmel. Von hier unten sehen sie alle gleich aus, aber das macht den einzelnen Stern kein bisschen weniger schön. Ja, vielleicht. Die ganzen Sterne da oben, was glaubst du, sind sie? Mein Vater sagt, sie sind riesige, brennende Kugeln aus Gas. Ach, das denkt er sich doch nur aus. Warum sollte er mich anlügen? Weil, naja, das machen Erwachsene nun mal. Sie denken sich Sachen aus. Den Weihnachtsmann, den Osterhasen, Kängurus, sowas halt. Hast du schon mal versucht, den Osterhasen aus Sternen zu machen? Wie ein Sternbild? Ja. Andere Sachen schon, aber noch nie ein Hasen. Möchtest du einen machen? Klar, machen wir das beste Sternbild aller Zeiten. Mal sehen, wer zuerst sein satt. Okay, von drei. Drei, zwei, eins, und oh. Ich sehe es. Äh, wo? Am Himmel. Ähm, wo genau am Himmel? Denk in großen Zusammenhängen. Ähm, größer als all die anderen es tun. Ich verstehe nicht. Moment mal. Moment mal. Ich sehe es. Sag mir, was du siehst. Da drüben, stimmt's? Da sind die zwei Löffel und der Kopf. Und weiter. Und da, da sind die beiden Füße. Ja, was noch? Und, und der Mond. Der Mond ist ein großer, runder Bauch. Also, was glaubst du, sind sie wirklich? Die Sterne, meine ich. Ich. Ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Milliarden von Leuchttürmen, die festsitzen am anderen Ende des Himmels. Wow, muss ganz schön was los sein da oben. Ist aber nicht so. Sie können all die anderen Leuchttürme da draußen sehen und sie wollen mit ihnen reden. Aber das können sie nicht, denn sie sind alle viel zu weit voneinander entfernt, um zu hören, was die anderen sagen. Sie können nichts tun, außer aus der Ferne ihr Licht zu senden. Also tun sie das. Sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchttürmen und zu mir. Warum zu dir? Weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde. Deine Tasche. Was ist da drin? Oh, der Preis, den ich bei Club de Morpheus gewonnen habe. Hast du das schon mal gespielt? Ich habe es versucht, aber ich bin zu ungeschickt. Was hast du gekriegt? Das ist ein Ding. Ich kann dir wirklich nicht sagen, was das ist. So eine Art Entenwebertier. Darf ich mal sehen? Es sieht so seltsam aus. Ich wünschte, ich könnte auch so eins gewinnen. Johnny! Mist, Mom ruft mich. Hier. Weißt du was? Verhalte es. Das gehört jetzt dir. Mir? Ja, ich kann jederzeit noch eins gewinnen. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin einfach die Nummer eins bei diesem Spiel. Bist du nächstes Jahr wieder hier? Jep, du auch? Ja. Selber Ort, selbe Zeit? Ja. Und wenn du es vergisst oder wir uns aus den Augen verlieren, dann treffen wir uns eben auf dem Mond wieder, Dummerchen. Genau auf dem Bauch des Hasens. Johnny! Komme! Oh, mein Hacky-Sack ist noch in der Tasche. Du sagtest, du bist ungeschickt, stimmt's? Versuch's mal damit. Was? Falls Sie sich jemals aus den Augen verlieren? Moment mal, soll das heißen? Sag mir nicht, dass du das nicht hast kommen sehen. Und ich hatte schon geglaubt, dass hier würde eine inspirierende Kindheitstraumgeschichte werden. Ich hätte wissen sollen, dass irgendein Mädchen auftaucht und einen Schmachfetzen daraus macht. Ich glaube, wir wissen jetzt, was wir tun müssen, um ihn zum Mond zu bringen. Moment mal, du willst das doch nicht etwa wirklich tun, oder doch? Es ist unser Job, Neil. Wo lautet unser Auftrag? Verdammt nochmal, Eva! Nein! Eva! Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Mond erhalten. Mond. Ziel, wo Johnny und River sich wieder treffen wollen, falls sie sich einander aus den Augen verlieren. Mond. Alles deine Schuld. Ich tue das alles für dich, du computergenerierter... Mäh! Umdrehen. Neil. Ich weiß, was du vorhast. Ich weiß, dass du das weißt. Ach ja? Nun, ich weiß, dass du weißt, dass ich we- Hör mal. Unser Job ist, ihn zum Mond zu bringen. Und das wird nur dann passieren, wenn Johnny motiviert ist, dieses Ziel zu verfolgen. Aber wenn wir dafür River entfernen müssen, was soll die Sache dann überhaupt noch? Er will überhaupt nur deshalb zum Mond, weil sie gestorben ist. Ich weiß, aber wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, den Vertrag in diesem spezifischen... P*** auf den Vertrag. Ich habe diesen Job nicht angenommen, um ihm die Lebensfreude zu nehmen, Eva. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich mache das hier, damit die alten Knacker mit einem Lächeln auf dem Gesicht sterben können. Ich doch auch. Und ich mag meinen Job. Aber wenn wir gegen unsere gesetzlichen Pflichten verstoßen, wird man uns vor Gericht bringen. Das werden wir anfechten. Wir wissen, dass Johnny glücklicher wird, wenn er nicht zum Mond fliegt. Es gibt viele alternative Lebenstangenten, in denen Johnny glücklicher wäre, Neil. Wir sind nicht hier, um Gott zu spielen. Es ist unser Job, ihm zu geben, was er bestellt hat. Zufällig wissen wir aber besser, was er will. Besser als er selbst. Versteh doch. Ich riskiere River doch nur deswegen, weil ich an sie glaube und... Was soll das heißen, du riskierst sie? Du entfernst sie! Außerdem werde ich es wiedergutmachen. Wiedergutmachen? Wiedergutmachen? Wie denn? Uns läuft die Zeit davon. Vertrau mir einfach. Sagt die Frau, die mich von diesem ver******* Leuchtturm geschubst hat. Hast du gerade... Verdammte Lichtwerte! Mit deinen krummen Touren schaltest du meinen Zugriff nicht vollständig ab, Eva. Versteckte Fallen? Wirklich, Eva? Ich versuche nur Zeit zu gewinnen. Hm. Danke, dass du Bescheid sagst. Es ist ziemlich teure Ausrüstung, die du hier durch die Gegend wirfst. Ich meine es ernst. Bleib einfach wo du bist und warte bis ich fertig bin. Ach, du kannst mich mal gern haben. Hör mal, zwing dich nicht dazu hier auszusteigen und dir den Stecker zu ziehen. Du würdest ernsthaft riskieren, dass seine Erinnerungen in diesem kaputten Zustand bleiben? Hör einfach auf, bitte. Ich brauche nicht lang. Ach, nicht schon wieder. Bruder, komm doch und hol mich. Ich bin am Ende des Flurs. Ich bin am Ende des Flurs. Das sind Zombie-Was. Keinen Schritt näher. Ich bin bewaffnet. Puh, sind diese Dinger also doch zu etwas gut. Ich bin mein Gott. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das ist alles nur eine Schleife. Oh, *** drauf. Was zum... Eva, was ist passiert? Eva! 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 Hallo? Warte, bleib hier! Ich bin Johnny, und wer heißt du? Hör mal, das ist lange her. Kein Datum, keine Uhrzeit, Johnny. Das ganze System versinkt im Chaos. Hallo, Neil? Morpheus? Was? Hier ist Eva, du Trottel. Kein Scheiß, wir sind die Einzigen hier. Eva, was immer du auch gerade tust, hör auf damit. Wir wissen vielleicht nicht, was Johnny will, aber wir wissen genau, was er nicht will. Und genau das beschwörst du gerade herauf. Es ist bereits geschehen, Neil. Warum kommst du da nicht endlich raus? Was? Was? Untertitelung des ZDF, 2020